Die offizielle Bezeichnung der Marine der Republik Lettland ist Latvijas Juras Späcki. Die vergleichsweise kleinen Streitkräfte des Landes befinden sich seit der 1991 wiedererlangten Unabhängigkeit im Aufbau und werden seit 1999 gezielt umstrukturiert. Dies wurde durch den Beitritt Lettlands zur NATO im Jahr 2004 beschleunigt. Geschichte Nachdem das Land 1918 unabhängig geworden war, gab das Hauptquartier der lettischen Armee am 10. August 1919 die formelle Gründung einer eigenständigen Marine bekannt. Im Jahr 1921 wurde das erste lettische Schiff, die Wirsaites, in Dienst gestellt, die in der Folgezeit als Flaggschiff diente. Trotz geringer finanzieller Spielräume des kleinen Landes konnten die Seestreitkräfte in den nächsten Jahren ausgebaut werden. So gelang Z. B. 1926 der Aufbau einer eigenen Marinefliegerdivision. Die Besetzung Lettlands durch sowjetische Truppen am 17. Juni 1940 bedeutende nicht nur für den lettischen Staat, sondern auch für seine Seestreitkräfte das vorläufige Ende. Nach der Eingliederung in die sowjetische Marine wurden die meisten der ehemals lettischen Kriegsschiffe im Zweiten Weltkrieg zerstört. Die Zeit seit 1991 nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit begann Lettland im Jahr 1991 mit dem Neuaufbau seiner Streitkräfte. Als Aufgaben für die Marine wurden dabei die Sicherung der eigenen Seegrenzen, die Minenräumung und Zerstörung definiert. Am 11. April 1992, der seitdem als Datum der Neuaufstellung der Seestreitkräfte gilt, wurde erstmals an Bord eines Bootes die Marineflagge der neun Seestreitkräfte Lettlands gehisst. Die ersten Einheiten der Flotte waren ehemalige Fischerei-Patrouillenboote der lettischen SSR. In den folgenden Jahren wurden ausgemusterte Schiffe ausländischer Marinen übernommen. Im Oktober 1996 wurde eine dauerhafte Kooperation mit den Seestreitkräften Litauens und Estlands beschlossen. Aus dieser entwickelte sich bis 1998 der gemeinsame Minensuchverband BRLTRON. Seit dem Beitritt zur NATO im Jahr 2004 nehmen Schiffe der lettischen Seestreitkräfte regelmäßig an Manövern des Militärbündnisses wie Z.B.B.A.L.T.O.P.S.S.G.U.A.D.E.X. oder Open Spirit Teil. Zudem beteiligt sich das Land an verschiedenen internationalen Kampfeinsätzen. Zu den Aufgaben der Seestreitkräfte gehört auch die Küstenwache. Hierfür wurde zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Riga ein nationales Koordinationszentrum aufgebaut, das heute rund um die Uhr aktiv ist. Befehlshaber der Seestreitkräfte Folgende Personen waren im Laufe der Jahre die Befehlshaber der lettischen Seestreitkräfte-Organisation. Die lettischen Seestreitkräfte gliedern sich in fünf Bereiche. Diese sind Minenabwehrgeschwader, Patrouillengeschwader, Meeresüberwachungs- und Kommunikationsdienst. Marine-Arsenal, Küstenwache, das Minenabwehrgeschwader, die Meeresüberwachung und das Arsenal haben, wie auch der Stab der Seestreitkräfte, ihren Sitz in Lipaia. Das Patrouillengeschwader und der Küstenwache sind hingegen in Riga angesiedelt. Zwischen den drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen gibt es eine Absprache bezüglich der gemeinsamen Ausbildung von bestimmten Spezialkräften. So befindet sich beispielsweise die zentrale Schule für die Marinetaucherausbildung in Lipaia. Dienstgrade Ausrüstung Die Schiffe der lettischen Seestreitkräfte lassen sich aktuell drei Bereichen zuordnen. Kommando- und Hilfsschiffe Minenabwehrschiffe Patrouillenschiffe Darüber hinaus verfügte Lettland vor dem Zweiten Weltkrieg noch über eine U-Boot-Flotte. Mit den Patrouillenbooten der Skrunda-Klasse setzte Lettland als erster der drei baltischen Staaten einen neu entwickelten Schiffstyp in der Marine ein. Bei diesen Schiffen handelt es sich um SWAT-H-Patrouillenboote, die auf einem Konzept der deutschen Werft A-Beking und M-Rasmussen beruhen und Z.T. in Lettland gefertigt wurden. Wir sehen uns beim nächsten Mal.